Glück für die Salzburger in diesem Spiel, dass jetzt nicht der Ausgleich passiert ist. Aber das kann natürlich passieren. Alles ist vorne, alles träumt noch vom zweiten Tor. Und weiss, Schüsse und Tor! 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 Hütter! In der 91. Minute! Unglaubliches! Gibt es denn so etwas, meine Damen und Herren? Da übertrage ich schon 20 Jahre Fußball. Und dann erlebe ich mit einer österreichischen Mannschaft, das erlebt man gar nicht sonst, so etwas heute hier in Salzburg. 2 zu 0! Und damit ist alles egalisiert. Zehn Salzburger werden jetzt in die Verlängerung müssen. Kostinja geschlagen und wieder war es ein Weitschuss. Und wieder war es ein Mann aus der zweiten Linie. Der Adi ist in toller Form. Und jetzt, wo er den freien Raum hatte, hat er ihn auch genützt. Schon Minuten vorher hat er angezeigt mit seiner Chance. Achtung, Konrad! Ah, da klopft der Ball an die Schlange außen. Ist das ein Spiel? 2 zu 0 für Casino Salzburg. Damit ist alles egalisiert. Die Salzburger haben jetzt mit zehn Mann eine Verlängerung herausgeholt. Schöne ist eine Beziehung hierher und auch in der Höhe. In der Höhe. Die Schlange in der Höhe.